ja herzlichen willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal tagesfeuerwerk mit rauch wir verschiedene rauchvögel und zwar haben wir einmal die funke rauchgeschwader in farben rot grün blau und violett und im gegenzug die explode smoke birds die kennt ihr mit sicherheit bereits in farben rot und blau und anfangen tun wir jetzt mit den blauen wie ihr seht sollte der rauch eigentlich quasi nach oben steigen wenn der vogel aufsteigt aber am boden ist jetzt plötzlich alles hochgegangen nächster explod smoke wird rot der ist sogar explodieren sollte natürlich nicht passieren aber das ist immer der vorführeffekt deshalb noch ein jetzt kommen wir zum direkten vergleichsgegner funke rauchspur geschwader so ich weiß gar nicht wieso man die legt ich hoffe es ist egal ich probiere es einfach mal mit mit dieser seite hier ich hoffe das funktioniert alle vögel sind da und dann geht es jetzt auch schon los blau ihr seht auf jeden fall die steigen auf jeden fall viel gleichmäßiger auf rot jetzt purple auch hier wieder massive rauchentwicklung und zu guter letzt der grüne funke rauchspur geschwader ein fazit also man kann die zwar vergleichen die vögel aber es gibt halt fast keinen unterschied das ist wie immer geschmackssache was man haben möchte ob explode smoke wird blau und rot oder halt hier einen bunten mix von den farben ist halt dann wirklich jedem selber lassen aber dennoch klare kaufempfehlung für diese beiden schönen tagesvögel mit rauchspuren kaufempfehlung für diese beiden